Das muss ich gar nicht. Oh, ich kann es jetzt nicht mehr sehen. Welche Map wollen wir denn jetzt? Oh, nicht Deck-Test. Oh, klar kommt Deck-Test. Können wir das nicht hier noch irgendwie auswählen? Lass uns Focus nehmen. Das verspielt schon nichts. Kann ich wirklich nicht mehr wählen. Oh, die Map ist so scheiße und sie kommt halt immer. Ich verstehe das nicht. So, jetzt gibt's auf die Phrase. Wieso Mist verstehe das nicht? Wie gesagt, der Einer ist so'n cooles... I'm tired of the same old faces. The same old things. Oh. Bekannt nicht, wenn man gerade sitzt... Dieser superkrasse Rocket Launcher, den jeder benutzt. Natürlich alle gleich schauen. Äh, mit dieser dummen Fresse. Äh. Ja. Was? Wo soll ich denn? Wo soll ich denn mit dem Scream lieber weggehen lassen? Damit das nicht so... Scheiße aussieht. Und auch die Map erinnert mich direkt an Quake. Weil ich so diese Kraut hohen. Das ist so peckmäßig. Na. Musik. Und er rennt direkt zum Blocken. Er... Der Sebo macht einfach mein First Blood mit dem Bio-Rat. Alter. Nein, dass ich krieg den Craft nur noch. Oder den Craft die ich nicht bekomme. Und ich bin nicht in die... Nein, ich falle rein und ich bin blöd und shit. Nein. Du musst das Buch finden und definitiv noch enhancen, ne? Oh Gott, der Typ. Nein, und die Rock... Warum bleib ich? Warum bleib ich? Ich werd von The Animal getötet. Der Server ist schon wieder zu vollen. Und der Schessler ist schon wieder... Und der Schessler ist schon wieder... Leute. 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 Du bist einfach richtig ins Shirtle reingesprungen. Ich drück einfach instant dann ab. So aus Reflex, ja. Weil Rocket ist halt andere Scheiße. Oh Gott. Ah. Ah, wo ist er hin? Nein, und ich falle in die Säure. Ja. Der campt halt damit. Der setzt sich in die Ecke. Wo sie so richtig so... Nein, du kriegst mich nicht. Yes. Ich hab eine Direct Hit mit der Rocket gekillt. Und noch eins. Wuh. Geht voll ab auf Direct Hit. Ja klar. Wird erst mal gesniped der Space, ja? Ja. Der geilste Alter. Falsche Waffe! Falsche Waffe! Nein! Ach. Was geht hier denn schon wieder vor? Warum kommt da? Wieder werde ich's nur noch von hinten gebeten. Das heißt, nur noch einmal zu oft von hinten gebeten. Boah, ich werd einfach wieder gesandwiched von irgendwelchen Spaceden. Aka Art. Die Map ist so der Rotz. Ich glaub's nicht, wie Rotz ich täte. Ah. Oh. Weil der hätte vielleicht nicht drunter springen sollen. Das war jetzt nicht so schlau. Ich wollte auch den Lockett haben. Was? Das war nicht direkt wieder hier. Das kann... Was? Das ist vorne in dem Schuss. Was? Nein! Wie ging denn das hier so? Man kann ja auch vornrunnen, dass... Wer hier... Ich weiß, aber ich krieg's nicht hin. Wie geht das nochmal mit Leertasten? Du musst irgendwie gegen die Wand und dann musst du Leertasten, während du gegen die Wand bist oder so. Oder... Oh nein. Ich bin in die Säure reingedacht. Ich bin in die Säure reingedacht. Weil... Wenn du die Wand berührst, bashen und zwar in die Richtung von der Wand denkst. Ja. Nein, ich hab hier heute mit dem Bio-Rifle getötet. Und erst der Kill mit dem Bio-Rifle, glaub ich. Ich geh jetzt, ja. Sterbt alle, sterbt alle. Ich hab ne Minigun. Ah. Ah, fuck it. Und ihr geht zu zweit auf mich. Ihr steht direkt nebeneinander. Aber greift euch nicht an. Das ist... Ja, du warst halt das gefundene Fressen, deswegen. Ja, du staubst in mir. Weht die, ey. Ich bin wieder irgendwo in Säure. Mit diesem heulerischen Ton. Irgendwann... Hey! Hilfe! Hahahaha! Und der schafft es raus und ich geh für Pinstellen in die Fresse. Hahahaha! Oh, Mann. Göttlicher Moment hier. Ich war, nein! Was hier? Ich war! Was? Ah! Nein! Was? Und der andere Spieler Godlike. Guck dir den Typ an. Der hat sogar noch Zeit, in den Chat zu schreiben. Das sind wieder diese ganz krassen, die dann... Das ist... Ja, die dann so mega schnell noch tippen, so... Ja, ja, ja. Das muss ich jetzt noch sagen. Boah! Wir so kurz stehen, oder? Ich glaube, das geht ja. 5 Sekunden, wie im Speed wieder aufbauen. Wah! Weck die Pistel, Alter. Oh, ne, das ist einfach... Oh, weg die Pistel! Bio-Rifle! Let's go! Was ist das jetzt schon wieder? Du bist auf mein Kopf, glaube ich, gesprungen. Deswegen konnte ich nicht... Oh, fuck! Ne, bin ich nicht... Ich habe einen HP. Ich hab... Was? Du spaced! Ich lasse jetzt dich mit dem Bio-Riflejo voll weggefreckt. Ein... Nein, 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 nein! Der hat mich einfach in die Säure geschubst. Boah, da habe ich ihn mal richtig in den Lauf geschossen. Denied! Ich hab' den Redeemer! Ich hab' den Redeemer! Ich hab' den Redeemer! Ich hab' den Redeemer! Irgendwo oben ist der Redeemer! Ich hab' den Redeemer! Ich hab' den Redeemer! Oh, ich hab' den nur einstoßen! Das hab' ich ihn irgendwo! Aber es wundert mich, dass du den Spawn-Track gehst! Du musst, glaub' ich, dich irgendein... So'n Portal auch... Genau, ja, und dann... Schock-Reifel, Jo! Ich bin nicht so schockiert! Ah! Wo bin ich denn hier schon wieder? Oh Gott, da ist dieses Sibu-Twitch-Kerl! Ich muss hier ganz schnell weg! Boah, ich hab' wenigstens noch einen geholt, ja! Loll! Und ich spawne schieß' einmal mit der Pistole auf! Ah, wie der ist hoch! Ich hab' gerade nur zwei Mal versucht, Sibu-Twitch sind! Und... Was? Wie so hab' ich den K... Schlecht! 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 Oh Gott! So! Pistol Battle, boah... Ich werd' die da von hinten geholt! Dieser Sibu, ganz ehrlich, das ist doch der erste Mal! Und dann hört meine Taste, sink mich nicht ein! Das ist ja nur mit der Haulose überhaupt! Gib mir doch die Scheiße, hier! Oh Gott, das ist das! Ich brauch' ne Waffe, 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 ich brauch' ne Waffe! Ahhhhhhh! Oh, der schießt so einiger Kerl von mir kaputt! ETF Alter, er hat 45, 1, was? Yeah, dritter Yeah, wenigstens besser als Avi dieses Mal Ihr seid doch alle scheiße, seid ihr Arbeit ist einfach nicht Seriously, du bist einfach schlecht in dem Game, das muss man einfach so sagen Für meinen Score, wo ist mein Score? Den gibt es nichts zu sehen Das Spiel ist so cool, das braucht diesen Score nur eine Sekunde zu zeigen So, was nehmen wir, was nehmen wir? Ihr kennt euch, wer den Maps besser ist Ja, Chill ist eigentlich ganz cool Chill, Chill kenne ich auch, ist ganz chillig Jetzt postet er noch seine heftigen Links da unten Jo, er ist bestimmt noch am Stream und so Bam Natürlich Hey Leute, schaut vorbei, auf der Seite findet ihr die neuesten Hexer-Hexer Hashtag Swag, yo Hashtag Hex, yo Hashtag 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 Hashtag, Hashtag, yo Hashtag Saption Aber ich glaube, ich habe den geringsten Ping von euch allen Ich habe 25 Millisekunden Ping nur Wow Was aber nicht unbedingt immer was mit deinem Internet zu tun haben muss Sondern wenn du halt näher am Server bist Ja, ich habe auch nie behauptet, dass es mit deinem Internet was zu tun hat Just, just, just saying Just saying Und der ist jetzt der Spaced, der jetzt nicht ready ist Ja, weil er noch seine ganze Scheiß hier Ist echt toll, weil erst mal muss er seine Links verknüpfen, der Affe Guck da, Twitch, Twitch.TV Ja, komm, er hat doch schon Twitch im Namen, weißt du Ich, ich, ich habe es euch gesagt Ich habe es euch gesagt, er ist jetzt gerade wieder fesch am Stream Und bestens diese Prophezeiung Wenn Twitch schon in seinem Namen ist, dann ist es echt schwer vorherzusehen, dass der streamt Ja, Moment Ja, aber das heißt ja nicht, dass er immer streamt Ja, ich habe schon oft Leute, die einfach dann nur zu faul waren, ihren Namen zu ändern Für die Zeit, die sie halt nicht streamen und einfach nur zocken Weil es hier ist GAU getroffen Ach, es ist GAU, das ist ja auch ganz was anderes Ist ja ganz was anderes Die wollen ja, die wollen ja auch ihren Namen nicht, die haben ihren Namen ja nicht so, um zu zeigen, dass sie streamen Sondern im generell, weil sie Fame sind ja auch Auf ihren Kanal aufmerksam zu machen Ja, eben, deswegen Und deswegen haben sie natürlich auch, wenn sie nicht streamen Aber das, der hier streamt, die Probability ist jetzt nicht so gering gewesen Ich will ihn töten Fuck Der Typ ist echt ein Typ einfach Ich sage Ich treffe meine Kugeln immer nie, die ich mit dem komischen Schockriffe mache Das ist wahnsinnig, ich treffe sie einfach nicht Keine Chance Ich weiß nicht, wie die Leute das machen Ich kann sie nur treffen, wenn ich wirklich stehen bleibe noch, den ich sie gemacht habe Sonst treffe ich die Teile einfach nicht Mein Amos zu scheiße Ja, ich meine, die Schockriffe Ja, diese Schockriffe zu holen Ja, aber Sie sieht dann echt scheiße Die treffe ich einfach nur Oh, hier ist ein Lift Eis Die sind ja nicht geschlossen Rüstung Ein fucking Schockriffe Dingsl da auch nicht nicht Es ist bei Reifen, wäre instantly besser, würde es nicht drei Ionen brauchen, um diesen Scheiß aufzuladen Was born hier soll jetzt mal spawnen, da verdammt Jumpboots Die ich nie benutze Die ich nie benutze, weil ich immer zu blöd für die bin Dass ich die alle mit einer Hand erreichen kann Oh Gott Der Typ Der Typ ist so hobbylos Das ist wie diese eine 4-Yard-Schule, die da auf YouTube gemacht hat Der hat die sich alle in so einem Kreis rum um seine DASD gelegt Sämtliche Waffen Was mal mega sinnvoll ist Können wir die auf meine ganzen Fashion-Maus-Tasten legen Wobei, dann kann man vielleicht nicht gleichzeitig schießen Oh, ich hab's nicht mehr können Come on Challenge you to a Benji-Fight, yo Was? Ich geb dir einfach mit der Pfiff Äh? Äh? Der hat durchgehend die heftigste Rüstung Wer soll das ja eigentlich sein? Putin, oder was? Nein, das ist genau derselbe Rüstung, den du spielst Nein! Jubi schreibt mir noch mal LOL Wie schreibt mir noch mal? Ey Der Späß, so als hab ich ne Minigang, yo Ich wette, der hat dieses, dieses dumme, grinse Gesicht da Sein Smiley hatte doch sicherlich in der Zwischenablage Spamt den dann mal rein Warum auch immer er drei Ionen von scheiß Ding davor braucht Oh nein, ich hab noch 7 HB Aber hey, whatever, man Jetzt Jetzt hab ich einmal you damaged Und ich treffe niemanden Solange ich vor A geht Hier, ich bin hinter dir Bring dich um Okay, oder fest das Splattern, ist auch gut Ich finde keine guten Waffen und nicht so'n Shit Ähm Gut Map-Knowledge, yo Ah It's not nice Wer hat den jetzt hier mir geklaut? Bräuch's sich irgendwie auch gar nicht, muss ich sagen Ah, ich muss mal hier aufs Bett stoßen, damit ich wieder ein bisschen mehr, äh, Punkte kriege So, wie jetzt So, wie jetzt Ah Ah Die bleiben ein bisschen, ne Jetzt seh ich gar keinen mehr, wo sind alle hin? Oh Gott, ich muss nicht schlafen Oh Gott, ich muss nicht schlafen Oh Gott, ich muss nicht schlafen Mit dieser Waffe Dadurch, dass ich mein Ding jetzt ausgeschalten hab Der hat durchgehend, dieses Ist halt auch alles wieder anders Weil, Alter, der mit seinen Kack-Smiley Und seinen dummen Hotkeys Alter, der Ja, ich hab' ihn geholt, den Space Wow Krasser Mann Ich wollte ihn nicht abholen Ich wollte ihn nicht abholen Wie konnte ich denn das verkacken? Mein Serious Oh, ich wollte ihn treffen, oder? Ich bin eigentlich tatsächlich ziemlich glücklich, dass du mich getroffen hast Dass er nicht den Kill für mich kriegt Was? Wie hast du die Rocket überlebt? Die hat dich fast instant gehittet Fast instant gehittet? Ja, die ist direkt Direkt wirklich neben dir aktiviert Direkt Nein Oh Und dahin ist er wieder Einfach zu schlecht Ich spawn' immer beim Bio-Rifle Und dann wird die von Sebo Twitch mit seinem Mega-Emer einfach penetriert Und ich spawn' natürlich wieder bei seiner Nähe Das ist hinter mir auch wieder jemand Ich will gar nicht wissen werden Und er hat mich nicht bemerkt Cool Jetzt snipe, yo Oh fuck Du musst dich zusammen treffen Hey, komm schon Oh, warte, hey, ich hab' ne doll Waffe Was, ich hab' die falsche Waffe? Fuck Warum hat er nicht die richtige Ach Wie wurde ich denn jetzt wieder so schnell umgebracht? Oh Kann er doch null abschätzen, wie weit irgendwas fliegen muss hier Wie weit irgendwas fliegen Nein Nein, nein Ah Oh Sollte verboten werden Das sind alle Oh, jetzt passt es Cool Ich wollte nur noch leben Oh, nicht jetzt doof? Da Da wird die vielleicht mehr als vier Lebenspunkte Oh mein Gott Fortuna ist mir halt Göttin der lateinischen und griechischen und griechischen Mikologie Fortuna ist mir halt Oh, ja, oder Fortuna ist mir halt Fortuna ist mir halt Aber ich gehe nicht davon aus, dass A-W-A-W-Fußball-Fern ist Direkt ins Kloppen-Nell gefressen hat dann Wieso kann ich denn die Scheiß-Waffe wieder nicht aufnehmen? Wieso geht ich alles hoch? Oh Was möchtest denn du, du Affe? Ja Weil ich vielleicht einen Enforcer habe, ist es nicht so das Beste Viel zu viele Menschen Dieses heftige Overshield Viel zu viele Jeder hat immer tolle Waffen, nur ich nicht Ich habe immer das Bio-Rifle, weil ich immer direkt spawnen Das ist so zum Kotzen, ich würde mal gerne beim Rocket Launch spawnen, warum nicht gleich so? So wie ich? Ja, so wie du Ah, wie du noch ins Helfpack rein springst Warum muss er denn heute Abend spielen? Kann er nicht mal andere Leute auch Spaß haben lassen an dem Spiel? Ja Kommen wir her Ich schon wieder Minus Habe ich ihn mit der Pistole holt Ohhhhh Oh, toll Ich werde dich dauernd Instagram Wer hat mich jetzt schon wieder auf 17? Nee, runter Die rett immer von mir weg Das ist faszinierend Und dann bin ich von Oldschool Joris gekillt Zero-Ning-Mann-Ginitz der Server Ich brauche ne Waffe, ich brauche ne Waffe Alter, was ist es denn mit den Leuten hier los? Die sind alle so brauche nie Das gibt's nicht Ich spawne halt immer im Feuer schon von seiner scheiß Minigun hier Alter, und er mit dem scheiß Nade Launch oder was? Äh Alter, ich hab nen Redeemer auf der Map gefunden Lol Was? Wo, wie, wie, wo, was? Dass man da überhaupt hin kann Bin verwirrt, bin verwirrt, bin verwirrt Nein, dann brauchen wir wieder zu lange Ulti-Kill, you nuked yourself Das Ding ist so abartig Hahaha Okay, jetzt weiß ich, wo der Redeemer spawns wird Ich werde jetzt keinem von euch sagen Du bist so ein scheiß Basterd Das ist totaler Zufall Das ist totaler Zufall Das ist da hingekommen Ich hasse das, wenn Leute sich das Smiley nennen Das ist einfach so frustrierend Und du stirbst und es ist immer diese dumme Fresse von so einem scheiß Smiley Okay, ich war Im Scoreboard über Arvid Oh man, ey Seriously, um einen Tod, äh Ich meine, ich hab alles erreicht, weil ich erreichen wollte Soll ich ihn mal schreiben, yo? Ach das ist einfach toll Ach ne Mhm 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 Vielen Dank.